Dexables großartige T2L Klangerzeugung ohne ein weiteres Keyboard, genau das ist die Idee hinter dem SX8 Digital Piano Sound Modul. Die besten Akustik und Electric Piano Sounds, Synthesizer, Orchesterklangfarben, Kirchen, Transistor und legendäre Tonewheel-Ordelklänge mit virtuellen Zugregeln, all das beinhalten die 3,2 GB an internem Klangspeicher. Diese internen Sounds sind komplett austauschbar und mit Dexables kostenloser Online-Klangbibliothek und mit Sounds im SoundFont SF2 Format kompatibel. Schnelle und einfache Bedienung, digitale und analoge Einbindung mit 48 kHz und 24 Bit in euer Studio oder in euer Live Rig mit separaten und zuweisbaren Outputs. Um die Bedienung noch einfacher zu gestalten, lässt sich die Vivo Editor App auf eurem iOS-Gerät über Bluetooth drahtlos mit dem SX8 verbinden. In dieser Tutorial-Videoserie schauen wir uns die überragenden Klangmöglichkeiten des SX8 an und wie man den Soundexpander in unser Studio oder unser Live-Set integriert. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer eine Nachricht bekommt, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Mein Name ist Ralf und das ist die Academia Dexabel. Und das ist die Academia Dexabel. Dann ist die Academia Dexabel. Untertitelung des ZDF, 2020